gut kick freunde endlich haben wir die länderspielpause überstanden und es geht wieder in die bundesliga rein sonntag diesmal 15 30 spielen wir auswärts beim fc augsburg und ja ich freue mich einfach wieder das bundesliga losgeht und bin sehr positiv gestimmt was das spiel angeht und hoffe und glaube fest auch an die drei punkte bist du bist du ähnlich optimistisch wie ich ja es hängt letztendlich dann immer von der ausstellung und von der bank tatsächlich auch wie das letzte spiel gelernt haben ab denn wenn man wieder hört castels immer noch nicht fit hypo chonda kickt rein wussi johr ist krank und arnold schlager und walschmidt haben individuell getrainiert also walschmidt können wir da rausnehmen aber arnold und schlager haben individuell trainiert was ich jetzt mal denke das war einfach wirklich nur belastungssteuerung oder sonst auch sonst irgendwas da da gibt es glaube ich keine gefahr aber trotzdem sowas plötzlich spielst du da mit gerhard und walschmidt zentral irgendwie und per warnt tor und oder links ist dann gerhard wo man sich dann wirklich denken muss wird das was ja also sonst sonst bin ich auch positiv gestimmt weil augsburg eben eine mannschaft ist gegen die du dich nicht unbedingt schwer tust du hast mal 8 1 gegen sie gewonnen in den letzten paar jahren und sonst immer sahst du eigentlich immer relativ gut aus niederlagen gab es wenige also ich denke auch ich bin da was das angeht sehr optimistisch was das ergebnis angeht es kommt dann immer natürlich wie du gerade meintest auf die aufstellung drauf an wir haben nicht unbedingt verletzungs pech aber schon schon ist schon eine schwierige situation hinter vier spielern steht noch ein fragezeichen da werden wir aber darauf eingehen wenn wir über über unsere geplante aufstellung sprechen wir gehen erstmal hin zu augsburg zu der tabellensituation und zu augsburgs spiel vor der länderspielpause das war eine 3 zu 2 niederlage gegen den vfp stuttgart also ein sehr wichtiges keller duell da verloren gehabt auch relativ spät dann die den treffer kassiert der zur niederlage gefolgt ist die beiden treffer sogar die beiden treffer 1 geführt genau an andre hahn relativ früh in der 6 minuten 1 zu 0 gemacht anton gleicht in der 44. aus griegerutsch macht dann in der 45 das 2 1 und dann 79 mamosch und thomas in der 85 machen das 2 2 und das 3 2 und damit hat stuttgart hatte stuttgart den fc augsburg überholt und augsburg auf den 15 tabellenplatz gedrängt stehen jetzt ist das richtig 26 spiele augsburg ja das ist richtig die haben noch ein nachholspiel gegen mainz richtig da war ja diese corona situation genau oder hatte ich schon mal eben ja ja doch das ist gegen mainz das spiel was wiederholt werden muss noch also am sechsten am sechsten april wird das wiederholt ich sehe es gerade gut okay dann haben wir das aber dazu dem spiel noch es war aber auch ein verdienter sieg letztendlich für stuttgart die hatten in chancen plus massive chancen plus das waren hier 25 schüsse sehe ich hier 24 torschüsse zu 10 also ja und expected gold sagen auch mit 2,82 zu 1,28 dass stuttgart das gewinnen musste ja mamosch und thomas das dann auch letztendlich so gemacht haben ja ich schaue auch mal auf die spiele davor also augsburg ist eigentlich ein gegner dem man vor allem auch wenn man die tabellensituation sich anschaut die sieht jetzt zwar nicht viel schlechter aus als unsere stehen fünf punkte hinter uns aber ja wie die niederlage gegen stuttgart dann knapper sie gegen bielerfeld unentschieden gegen dortmund das ist wiederum sehr stark niederlage gegen freiburg niederlage gegen gladbach die auch nicht gut drauf waren da hat man wieder mal ein sieg zwischendrin 5 1 gegen leverkusen verloren 3 1 gegen hoffenheim 0 0 gegen kreuter fürd also ist eine mannschaft die man auf jeden fall schlagen sollte wenn man sich da unten ein bisschen luft verschaffen will und da auf jeden fall die saison vernünftig zu ende bringen will und ja einfach einfach ein bisschen rauskommen und wieder richtung einstellige tabellenplätze versuchen zu kommen es sind ja noch sieben spieler zu gehen 834 ja 47 materiecker läuft ja 27 plus 7 also richtig alles gut alles gut war gerade ein bisschen lustig bin heute ein bisschen durch den wind aber na gut okay dann haben wir das wollen wir direkt weitermachen zur aufstellung dann da erstmal noch augsburg auch mit ihren absoluten top transfers in den winter wo sie ja wirklich souverän einen spieler geholt haben für 20 millionen namens pepi der wirklich jedes spiel schon gemacht hat nicht also ich ich habe schon von dem als ich gesehen habe was es dachte ich mir viel geld sollte man für ihn nicht bezahlen augsburg hat es gemacht und ich finde auch wenn jetzt noch der bisherigen anzahl von spielen es schwer ist wirklich eine wie nennt sich ein fazit zu ziehen genau muss man muss ich tatsächlich sagen also überzeugt bin ich keinesfalls für das geld so ein spieler zu holen der der tatsächlich doch tempo hatte was ich nicht gedacht habe aber wirklich leistungstechnisch noch nicht wirklich zeigen konnte ne saß ich weiß nicht wie da irgendwie die verletzung aussah oder ob es da irgendwie was gab saß gegen stuttgart auf der bank und wurde auch nicht eingewechselt im spiel davor ich schaue mal eben ganz kurz schnell live recherche gegen bielefeld sieht es auch auf der bank ja auch nur verbrannt wurde da eingewechselt auch das nicht dortmund hat er gespielt ich meine sogar von anfang an aber zwei spiele jetzt spielt es nicht gut zwei spiele jetzt wieder nicht gespielt deshalb war das jetzt erstmal ein griff ins klo man muss sehen wie sich der junge man entwickelt auf den es natürlich viel druck wenn so eine summe bezahlt wird ja schwierige situation für den jungen mann aber ja also gegen uns soll er soll er noch nicht anfangen zu treffen danach ist mir relativ egal genau und dann zur aufstellung dabei wollte ich nämlich sagen unbedingt passend zur momentanen situation eine echte backpfeife wenn man sieht was dafür spieler draufstehen ja ja es das ist hast du sehr gut beschrieben und der trainer ja denn es ist so möchtest du was kurz zu den trainersituationen sagen wer da am seitenrand stehen wird ja also cheftrainer florian kofeld sitzt zu hause in quarantäne der zweite co trainer denke ich mal der sonst dann das übernommen hätte frontcheck hat eine op gesichts op wird bis zum ende ausfallen und dann gibt es nur noch einen anderen co trainer vincent hallmann mit van bommel gekommen holländer 24 als er gekommen ist jetzt 25 damit der zweitjüngste chef trainer für den einspieltag gegen augsburg ja das muss man auch erstmal so schaffen ob das jetzt einen großen unterschied macht die könnten auch uns beide da auf die bank setzen ob via kofeld oder so ja das wollte ich auch sowieso empfehlen dass wir vielleicht dem vincent auch ein bisschen helfen können ja das ist kein problem man kann uns gerne unter insta anschreiben erster link in der video beschreibung gerne auch mal abonnieren dann verpasst ihr keine unserer postings und der vincent kann da mal in unsere dms sliden okay gut ja wie man schon sieht es sind sehen die ausfälle rechts nicht ganz so großig aus hinter vielen noch ein fragezeichen wir brauchen jetzt nicht jeden einzelnen da durchgehen bei manchen die haben individuell trainiert in arnold war es in waldschmidt und wer war der dritte mann schlager und schlager philip philip ist vielleicht schon wieder fit aber ich habe jetzt vom letzten spiel noch da war ein fragezeichen einfach das fragezeichen da gelassen richtig genau da wird man sehen man wir hoffen natürlich auf das beste und wir gehen erst mal vom bestfall aus dass das die zumindest arnold schlager weil schmidt ist relativ egal aber arnold schlager fit sein werden und ja deshalb haben wir zur folgenden aufstellung entschieden torwart situation wie im letzten spiel wir wollen auf gar keinen fall per wahr spielen lassen und ja kastriert ist immer noch verletzt deshalb bleibt da nicht nicht viel übrig außer außer philip zu spielen richtig genau philip philip ist ein vornamen hast recht ja ja ich nenne ihn beim vornamen so gut sind wir schon weil er jünger ist als wir beide richtig genau wir sind so auf einer pro basis und wir können wir sind da relativ wir sind da relativ locker drauf okay dann machen wir weiter in der viererkette links spielt kevin so wie rechts ja ja aufgrund des vielleicht ausfalls von russi und wahrscheinlich sehr wahrscheinlich ja also ich hoffe natürlich nicht aber dann hoffe ich auf jeden fall dass da kein gerhard hingestellt wird sondern eben kevin aber gerhard oder steffen sein weil warum auch immer ja ich verstehe es tatsächlich wirklich überhaupt nicht paredes null chancen kriegt also das ist finde ich tatsächlich sogar frech man holt ihn tatsächlich sogar für fünf millionen und man gibt ihm nicht mal wenigstens die chance bei einer führung ich weiß gar nicht wer war es am führt hat man hochgeführt ich meine er war auf der bank gibt man ihm nicht mal die chance da eingewechselt zu werden das fand ich dann tatsächlich auch frech ich weiß nicht wie er es empfindet vielleicht wurde es auch in den verhandlungen so gesagt dass er eigentlich gar keine einsatzzeit bekommen wird aber ich meine nur für den jungspieler ist es schon eklig da die ganze zeit nur auf der tribüne zu sitzen nachdem du von deinem heimlandland von als stamspieler hierher gewechselt ist deswegen hoffen wir natürlich dass er jetzt mal ein paar minuten bekommt und vielleicht auch mal von beginn an ran darf so schlecht wird das schon nicht machen und xbox ist jetzt keine übermacht wo er ja wo er besonders blöd aussehen kann und aus den highlight videos kann man schließen dass er schon talentierter mann ist und wenn man fünf millionen bezahlt dann sollte man schon auch ihm das vertrauen geben und vielleicht noch mal in die startelf packen können mit franks hat es ja auch funktioniert durch den plötzlichen schlagerausfall ins kalte wasser geschmissen das hat super funktioniert warum dann nicht mit kevin auf der linken seite deshalb kevin für uns links auch ein kevin spielt rechts weil wir beide uns einig sind dass wir keinen bock auf baku haben und mangels optionen william natürlich immer noch der ausfall wird da im bahu auf der rechten seite verteidigen wir spielen in einer viererkette damit wir das dreier mittelfeld spielen können das heißt es werden burnau und la croix richten müssen gegen pepi und welche da vorne bei augsburg noch so noch so rumgeistern werden ich glaube das werden sie ganz gut machen gegen leverkusen haben sie bis zur 86 oder wann das war einen guten eindruck gemacht haben dann halt zwei gegentore gefressen das sehr unglücklich war aber ja ich habe vertrauen in die beiden deshalb das ist eine stabile viererkette würde ich sagen dass das dreier mittelfeld schon angesprochen das wollen wir unbedingt spielen franks arnold schlager franks kann sich ein bisschen weiter offensiv dann einbinden kann dann auch mal auf die zehen gehen schlager arnold ein dreamteam auf der auf der 600 beziehungsweise 8 deshalb für uns da das das dreier das dreier mittelfeld und arnold auch schon seit ich weiß gar nicht wie viel spielen ist er bei seiner vierten gelben karte und er kriegt einfach nicht die fünfte ja gut ist hier seit dem köln spiel hat er keine gelbe karte mehr bekommen das sind ich zähle schnell 1 2 3 4 5 6 7 8 19 11 spiele also hoffentlich zeigt er da auch nicht entzugsentscheidung weil so viele spiele hat er glaube ich wirklich selten keine gelbe karte gekriegt ja stark das ist so ein bisschen wie no not november nur mit gelben karten und nur mit fußball auf jeden fall stark von ihm ja und dann die drei da vorne drin ich glaube auch wie beim letzten spiel ja haben wir keine änderung vorgenommen ein wind ein kruse und ein bialeg bialeg ist eine änderung bei der hatten wir vorher drin stehen da also zum letzten bundesliga also zur richtigen startaufstellung ist es eine änderung aber ich meine dass wir bei der letzten ne da hatten wir auch matcher drin tatsächlich ah stimmt genau ja richtig gut der aber wirklich sich gezeigt hat als kein spieler für die startelf also wirklich wir hatten schon wir hatten schon angesprochen im rückblick ja dass es überhaupt nicht ging was er da gezeigt hat es hat keinen spaß gemacht ihn zu sehen und gleichzeitig kommt dazu augsburg sehe ich als eine mannschaft an die dann doch eher defensiver agieren wird und da ist ein bialeg mit seiner strafraumpräsenz seiner physis dann auch stärker so wie es gegen union war genau ich wollte auch deshalb gerührt habe ich wollte auch gerade union ansprechen da stand er ja relativ überraschend in der startaufstellung hat das aber super gemacht deshalb warum ihn nicht mal wieder von anfang an bringen und mit kruse und winter vorne drin das ist ein das ist ein schöner dreier sturm und da kann man ja immer noch mal ein matcher reinbringen dann zu siebzigsten oder oder wenn man wenn man möchte luke barkio hat man auf der bank sitzenden steffen der natürlich entweder für paredes auch spielen könnte für die position aber auch vorne seine akzente setzen kann da gibt es auf jeden fall noch ein paar optionen das ist unsere aufstellung kurz noch zu den tipps wir sind nämlich schon fast bei 15 minuten äh wie vorhin schon angesprochen sind wir beide relativ optimistisch deshalb tippen wir auch beide auf sieg wolfsburg beide auch mit einem ähnlichen ergebnis zwei tore unterschied ich tippe tatsächlich auf 1 zu 0 sieg 2 zu 0 ähm unsere offensive kommt wieder ins rollen wir schießen zwei tore und äh bonner und lacroix werden das weg verteidigen philip äh im tor macht das macht wird den job auch so gut machen deshalb ja 1 2 zu 0 sieg ja und ich habe einfach 3 1 ich war auch kurz nach überlegen wegen 2 0 hätte es wahrscheinlich sogar auch genommen bis ich dann deinen tipp gesehen habe dann bin ich doch auf die 3 1 erge gegangen weil ich mir auch denke wir werden wir kriegen immer ein gegentor ähm wenn philip im tor steht dann wird es wahrscheinlich zu null das ist ziemlich sicher aber wenn der antrieb tor steht dessen namen wir jetzt nicht nennen dann wird es mindestens ein gegentor geben so bitter wie es auch ist denn da kann bonner und lacroix können beide so viel machen wie sie wollen da muss einfach nur pepi oder gregoritsch aus der distanz schießen der kullert ins tor rein ja einfach ist das da in dieser hinsicht und vorne drin haben wir mit dem sturm wind der mit guse ja schon immer wieder gut harmoniert hat bjallek der es gezeigt hat gegen union die werden da ihre drei tore machen zur not macht es auch an und mit dem standard ja schön finde ich gut hätte gegen leverkusen sich den schon verdient gehabt dann wird das halt gegen augsburg machen ja tabellensituation hatten wir gerade schon vorhin so ein bisschen im ansatz gesehen als wir uns die von augsburg angeschaut hatten 27 spieltage 31 punkte bochum steht vor uns mit 32 gladbach hatte uns ich glaube nach dem letzten spiel jetzt noch überholt weil damit da die drei punkte dann auf das konto kam deshalb auch zu recht ja absolut zu recht genau da brauchen wir sich noch mal aufmachen das thema das absolut zu recht da die drei punkte bekommen steht jetzt da stehen jetzt da mit 33 punkten das heißt wir haben ja nach vorne nicht ganz so viel abstand wie wie nach hinten das ist ganz schön und hoffentlich bleibt das jetzt auch so nach dem kommenden spieltag das werden wir dann im rückblick noch mal besprechen und genauer darauf eingehen einfach jetzt die drei punkte holen und dann ja sieht man sieht man weiter wie man wie und wo man steht also auf jeden fall abschließend kann man sagen es sollte es sollte wirklich ein sieg kommen alles andere als ein sieg wäre fatal denn dann ist augsburg wieder dran dann sind die punkte nach unten geringer als nach oben wahrscheinlich und das sieht dann wirklich gar nicht mehr schön aus denn hertha hat einen aufschwung stuttgart spielt schon seit seitdem am musch wieder zurück ist von seiner länderspiel reise relativ guten fußball haben jetzt auch drei spiele ohne niederlage hinter sich die wir kommen jetzt auch langsam also da wird es dann wirklich eng nach hinten und da habe ich auch die angst wenn wenn per waren tor steht wird das sehr eng ja okay ich freue mich auf jeden fall auf das spiel hoffentlich ihr auch ja wir verfolgen dass das spiel vor unserem fernsehen vor unseren bildschirmen und fiebern alle mit auf die drei punkte am sonntag gut kick bis zum nächsten mal